der dax check am freitag und damit ganz herzlich willkommen liebe zuschauer an meiner seite thomas bergmann schön dass du da bist wir schauen uns auch gleich mal den dax etwas genauer an die ersten drei tage der woche da war es ja nicht so rosig gestern dann ein kleines ein kleiner lichtblick am ende des tunnels wie schätzt du denn die momentane lage eingangs ja das ist richtig was du gesagt hast wir sind nach dem sprung auf 9800 zähler wieder nach unten mehr gedreht waren dann ja mittwoch bei 9300 zählern im tief haben dann eine leichte erholung mitgemacht moment notieren wir im bereich 9 4 30 9 450 müssten wir mittlerweile schon sein das heißt mehr oder weniger bewegen uns wir in einem charttechnischen niemals land wir haben eine wichtige linie im bereich 9 5 hier waren wir mehrmals erfolgreich dran nach dem brexit votum sind wir dann auf 9 2 gefallen werden sich viele noch ja leidig daran erinnern und jetzt wie gesagt kämpfen wir hier um die 9 5 im bereich 93 haben wir eine unterstützung die uns dann davor bewahrt dass wir 9 9 2 die uns davor bewahrt dann auf 8 7 runter zu fallen wo eben das jahrestief war wie gesagt wir liegen hier quasi im niemals land warten jetzt drauf dass wir diese jetzt jetzt diesen widerstand wieder zurückerobern nur dann haben wir die chance eben wieder in richtung 9 8 10.000 zu laufen hier die wichtige 200 tage linie seit dem brexit votum haben wir hier eben dieses verkaufssignal ja und dieses ist noch nach wie vor intakt es handelt sich mehr oder weniger jetzt um gegenbewegungen in diesem abwärtstrend der schon seit april 2015 gilt also von daher muss man einfach vorsichtig sein abwärtstrend ist intakter übergeordnete und hoffen jetzt einfach darauf dass wir über 95 wieder gehen also 95 ist die marke auf die die anleger jetzt extrem achten müssen genau ja und auf jeden fall würde ich jetzt vor dem arbeitsmarkt berichte heute nachmittag dann kommt würde ich erstmal die füße still halten also ich würde jetzt hier nicht ja massiv jetzt long gehen und ich würde aber auch nicht auf die verkäuferseite wechseln sondern einfach mal abwarten was jetzt der arbeitsmarkt bericht kommt die jüngsten daten waren jetzt so schlecht nicht die also die wöchentlichen arbeitslosen daten die jetzt am donnerstag eben kamen aber man ist sich hier noch unsicher die das jüngste büro koll sagt dass ich die fed un eins war wegen des arbeitsmarkt berichts die zinsen zu erhöhen es glaubt mittlerweile ohnehin kein mensch mehr dass die die ame ist in diesem jahr noch die zinsen anheben werden aber ja müssen wir uns einfach mal vom neuesten bericht überraschen lassen und dann gibt es vielleicht auch neuen impuls sei es auf der short seite wenn wir unter den 93 fallen oder auf der long seite wenn wir über die 95 gehen dann kann man hier durchaus mal eine trading position eingehen was raten sie jetzt den anlegern wenn wir uns mal die nächste woche ansehen also mehr so längerfristig betrachtet wie sollte man sich jetzt verhalten also wenn ich längerfristig investiert werden oder investieren will würde ich schon abwarten ob wir die 200 tage linie zurückerobern aber auf der mittelfristigen sicht kann es durchaus sinnvoll sein wenn wir die 95 zurückerobern sehen wir hier sehr schön dann gab es auch immer ja ein move in richtung 9 18 tausend zähler also für trader ist es sicherlich interessant wenn wir die 95 knacken dass man hier mal eine kleine position macht und was glauben sie wie wird es dann nächste woche weitergehen so schwer schwer zu sagen jetzt viel wird jetzt darauf ankommen wie vom eben vom arbeitsmarkt bericht earnings season geht dann langsam los auch hier muss man jetzt mal schauen inwieweit die stark reduzierten erwartungen eben erfüllt werden oder nicht also ich würde mir jetzt auf sich von der woche jetzt keine prognose zutrauen ich schaue auf die charttechnik und die sagt mir im moment ist eine part situation da zwischen bullen und bären und ja wir warten einfach darauf ab in welche richtung das ganze aufgelöst wird thomas bergmann dann bedanke ich mich für die einschätzung gerne liebe zuschauer das war es auch schon wieder mit dem dax check für heute ich bedanke mich fürs zusehen und bis montag und bis dann